Schalke 04 möchte einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten und ist bei der Suche danach auf Fabien Sontance gestoßen. Doch wer genau ist er eigentlich, was sind seine Stärken und Schwächen und warum wäre er ein richtig krasser Schnäppchen? Sontance ist Franzose, er ist wie gesagt Rechtsverteidiger und dementsprechend auch Rechtshus. Er ist aktuell 26 Jahre alt, kann eine Größe von 1,82 Meter aufweisen und hat einen Marktwert von 7 Millionen Euro. In der vergangenen abgelaufenen Saison konnte er in 19 League A Spielen in Frankreich 4 Tore erzielen und ein weiteres vorlegen. Getan hat er dies für den FC Metz, die allerdings abgestiegen sind und deshalb wäre er für so einen geringen Preis zu haben. Es wird aktuell so von einer Ablöse von 3 Millionen berichtet, was im Vergleich zu seinem Marktwert von 7 Millionen extrem günstig wäre. Vor allem in Anbetracht seiner Stärken, die wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Sontance hat trotz dessen, dass der FC Metz als Team letzte Saison sehr schwach war, was die Offensive angeht, war er extrem stark und auch sehr gefährlich. Und hat da letztendlich dann auch nur ein Tor weniger geschossen als der Topscorer des Teams, obwohl er die Hälfte der Saison verletzt war. Dazu kommen wir später noch. Außerdem ist er extrem flexibel, was das System angeht. Er kann problemlos in einer Viererkette als Rechtsverteidiger spielen oder in einer Fünferkette als rechter Außenverteidiger. Da hat Metz letzte Saison des Öfteren von Spiel zu Spiel je nach Gegner gewechselt. Er kann also beides. Schauen wir uns mal seine Leistungsdaten bei FB Ref an. Und da sehen wir auf jeden Fall mal unten, was die Defensive angeht, ist er extrem zweikampfstark, gute Defensivwerte. Bis auf die Kopfballduelle, wo er nicht ganz so gut ist, ist er unter den Top-Außenverteidiger der europäischen Top 5-Ligen. Wir sehen außerdem im Dribbling ist er extrem stark für seine Position. Und auch was die progressive Ballführung angeht, also wie weit er den Ball nach vorne trägt, ist er echt gut. Sein Passspiel ist jetzt nicht wirklich das Beste, aber man kann darauf aufbauen. Und ich meine, er kann ja auch nicht in allem gut sein, dann wäre er für viel Größeres berufen. Was seinen offensiven Output angeht, ist er extrem torgefährlich gewesen diese Saison. Seine Flanken und dahingehend seine Vorlagen waren, was diese Saison angeht, eben nicht so gut. Aber er hatte auch schon andere Saisons, da war er von den Vorlagen besser wie von den Toren. Also das kann man jetzt so explizit nicht sagen. Außerdem ist Sainte-Horse noch recht schnell. Seine Stärken sind also so sein Tempo, das Verteidigen, das Dribbling und dann im letzten Drittel ist er extrem stark, was die Offensive angeht. Sainte-Horse ist also wirklich einer der unterbewertetsten Rechtsverteidiger der Top 5-Ligen. Und deshalb wäre es auch so krass, wenn Schalke ihn verpflichten könnte, weil er eigentlich vom Niveau besser als das ist. Aber es gibt eben keine anderen Angebote wirklich von besseren Vereinen. Und dazu wäre er halt eben ein riesen Schnäppchen für den Preis. Dennoch birgt der Transfer auch ein kleines Risiko. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass er eben die halbe Saison verpasst hat. Er hat diese Saison nur 19 von 38 Spielen in der Liga absolviert. Und das liegt daran, dass er dann doch recht verletzungsanfällig ist. Also er hat eigentlich in fast jeder Saison mal eine kleinere Verletzung oder auch eine größere. Und ja, da ist es ein bisschen schwierig mit ihm. Aber ansonsten spricht eigentlich alles für den Transfer. Und das wäre ein absolutes Schnäppchen aus den genannten Gründen. Ein richtig guter Rechtsverteidiger, den ich sehr gerne in der Bundesliga und auch gerne bei Schalke sehen würde. Was ist eure Meinung zum Spieler? Was würdet ihr zum Transfer zu Schalke sagen? Würdet ihr den Transfer auch gerne sehen? Oder habt ihr einen anderen Spieler, den ihr da gerne sehen würdet? Lasst es mich alles mal sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.